auch nur einen schlag es war schon verwundet ich sehe es hier jetzt ist ein stein rein das ist natürlich bescheuert so bin wieder da hat schon wieder geklopft ach eins eins ich hab's und wie erntet man das jetzt mit einer axt draufschlagen so hat sich das gelohnt um ein inventar ist voll ich habe leder ich habe fett vom tier ich habe knochen eine metallklinge stoff essen essen was hast du jetzt was ist denn das denn hast du recht denn lass uns mal jetzt hier vielleicht dann doch was oder ist gut ist gut ist gut ach ich bin voll ich dachte du schmeißt immer noch fackeln auf mich ich sehe ein leuchtturm da möchte ich wohnen ja warte 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 kommst du bitte her und sammelt sie beiden fackeln auf die kann ich nicht aufnehmen ich habe keinen platz mehr leuchtturm wo ist leuchtturm da will ich wohnen da habe ich immer gewohnt das ist der beste platz den es gibt denn hin da ich dann müssen wir uns eine truhe bauen dass wir dann mal das zeug damit wir unser inventar herkriegen leuchtturm ich sehe gar keinen leuchtturm aber ich vertraue dem manfred jetzt sehe ich ihn oh der ist aber weit weg das täuscht das täuscht und da war es gut da war es eigentlich immer gut da habe ich etliche male gebaut ja dann machen wir da jetzt wo ich mit den admins gebaut habe gut dann gehen wir dahin dann werden wir da ja auch zeug finden es mir ist zu warm mir auch 40 grad 41 grad vielleicht sollten wir auch einfach nur gehen ich mach die kleidung einfach mal kurz weg ja ich kann nicht ach warte mal das kann ich ja dann fallen lassen so kann ich die schuhe wieder anziehen ja nur das oberteil muss weg schuhe habe ich noch gar nicht ist jetzt aber nicht so schlimm jetzt suchen wir mir ist erstmal eine bleibe wichtig dass wir irgendwo eine unterkunft haben und dann können wir den ganzen anderen scheiß machen du kriegst es abgeschossen es ist zu ängstlich ich weiß nicht ich habe keine ahnung wie ich werfen soll das war falsch 1 das läuft ja in zeitlupe ja noch ja ich du hast ja keine zielmarkierung dann nimm ihn doch einfach hier sind ganz viele container ja ich sehe das schon ich gehe zu den anderen wir brauchen nicht beide an die gleiche stelle laufen oh brennstoff plane metallfragmente ich bin voll was mache ich denn oh essen bringt ja nichts jetzt bin ich auf eine gasflasche ich schmeiß holz weg das kriegen wir ja wieder gasflasche nehme ich mit propangastank oder so nannte sich das öffnen was ist hier drin verkehrsschilder geil die brauchen wir ach du tobst schon da hinten rum gut ich würde sagen ich gehe schon mal hin ja ich auch wir müssen jetzt unbedingt erstmal dafür sorgen dass wir wieder platz haben damit wir uns denn zeug holen können bär wo genau da oben vorsichtig ich gehe links rum der ist so stark ich sehe gar keinen bären ach da jetzt sehe ich ihn auch alles klar der ist was hast du da weg geworfen eine dose die schon leer ist ah das ist der andere leuchtturm scheiße ah ich habe mich wieder verarschen lassen komm dann wir gehen zum kaktus da liegt holz ich brauche ja keins es werden nur noch sinnvolle sachen gesammelt die wir zum direkten überleben brauchen so da ist noch einer da sind wieder fässer ich sehe die schon also stoff ist schön oh mein speer ist bald kaputt aber ich habe hier holz hier war was warum kann ich das nicht nehmen metall klinge jetzt habe ich zwei metall klinge cool da haben wir schon mal vier hier ist nähzeug set ah scheiße ich dachte du wärst das neben mir und ich kann dich nicht retten das war jetzt doof mal kurz einen cut machen ich bin aber in der nähe achso dann habe ich nichts gesagt ist der bär noch da ne ist weg ist weg ich sehe den leuchtturm ich komme dir jetzt entgegen ne ja damit ich mir mein zeug wieder einsammeln kann scheiße ich habe Schritte neben mir gehört und denke ach das ist bestimmt das ist bestimmt du und dann hat er mich schon am wickel gehabt aber ich habe ihn einmal gepiekt ich habe zu dir geguckt da habe ich ihn noch nicht gesehen dann bin ich von dir an dir vorbeigerannt und dann war er auf einmal da na nicht so schlimm das muss man jetzt nicht so verstehen das ist halt das werden auch noch andere Zeiten kommen wenn wir wieder Waffen haben dann können die bären uns mal dann sind die unsere Opfer hier ist ein Pferd ich gucke mir gleich die Gegend an das ist ja hier vom Leuchtturm weg ich sehe den ja ah er kommt wieder echt er läuft genau an der Stelle hin ach er geht dran vorbei dann ist ja wieder gut tüß Bär bis nächstes Mal oh nein nicht zu mir doch du läufst weg dann lockst du ihn weg und ich kann mir die Sachen holen dann bin ich aber auch tot das wäre das ist nicht der Plan ich habe noch nie einen Bären abwimmeln können naja ich denke mal nachher werden wir Schusswaffen haben das wird ja irgendwann mal passieren hier sind Pilze die nehme ich mal mit da läuft ein Kreis ist das geil das ist nicht geil oh ich bin noch ziemlich ich sehe doch jetzt den Leuchtturm doch weil er immer ein klein also so vier Meter in vier Metern immer in den Kreis geht aber so ein Kreis dass du halt dran kommst ohne dass er dich angreift da ist ein Wolf geil ich glaube das war es denn jetzt ich habe Hanffasern gefunden ja aber ich wir könnten uns natürlich teleporten ich weiß nicht genau ob ich hier richtig bin gibt es noch mehr Leuchtturme ich weiß es nicht die Gegend passt nicht machen wir eine Ausnahme und reportest dich einfach den kannst du doch machen ne ich weiß den Befehl nicht ja ich müsste auch jetzt erst gucken ich weiß den auch nicht aus dem Kopf ok denn da du aufnimmst bin ich derjenige der gucken tut ja das wäre gut denn hier ist ein Leuchtturm aber der ist viel weiter weg im Wasser ich bin an einer anderen Stelle das ist natürlich doof also wenn man denn nicht in der Nähe spawnt ist das natürlich richtig blöd das ist noch eine veraltete Liste wo finde ich denn jetzt die neue im Forum so ein Wiki habe ich hier de rastvikia.com heißt die Seite ja da steht aber auch ein alter Befehl da komme ich nicht mehr klar und du hattest dich doch zu mir teleportiert richtig ja aber es gibt da muss man irgendwas noch anderes hinschreiben damit ich dich zu mir teleportieren kann ja schon und das habe ich mir natürlich nicht eingeprägt nee ich bin ganz woanders ich laufe jetzt erstmal nicht mehr ich bin auch nackt super kriegen wir einen Strike ich war nackt zu sehen hier ist ein Pferd Hallo Pferd die Viecher gehen alle durch die Steine durch ist hier Schnee nee ich bin ganz woanders das ist ja absolut sinnlos ich habe das doch ausgewählt also kopiere es doch einfach nicht gleich so Teleport Ultman Manfred hat das geklappt? nein wieder der falsche Befehl das meine ich die Listen sind alle veraltet ich bin in einer ganz anderen Gegend oder hätte ich da lang laufen müssen was ist das Rote? da ist ein rotes Tier nee das sind Fässer Fässer da ist der Bär oder da ist ein Bär und da ist ein Fahrzeug aber bei uns waren doch keine Hanfpflanzen weiß es nicht ah das kann Zufall sein dass er eben dann auch ein Bär ist fertig bloß wenn ich hier jetzt Lärm mache dann kommt der bin ich überzeugt was ist hier drin ein Zahnrad noch habe ich ja Platz ich bin ne nackte Frau und stinke wie ne Sau und liegt mein toter Körper ist bestimmt schon weg ne? ich guck du bist an den Fass hier gestorben ne? na da wo der Bär halt war da war ein Fass richtig dann ist die Leiche weg dann ist es sowieso sinnlos also muss ich gehe ich einfach zu dir kannst du denn meine Koordinaten sehen? das geht einfach mit dem Befehl hier da ist er ja ich muss mir jetzt erstmal was bauen hier das nützt nix Gold Closing ne Hose und ein Hemd und Schuhe ich habe ja genug gesammelt das müsste ja hier eigentlich erscheinen ne? wenn es fertig ist ah hier kann man da einziehen Jutehemd naja ist auch nicht anders wie bei Rast ah jetzt die Hose haben wir schon mal kann ich die Hose auch eigentlich hier reinlegen? ja ich bin weiter weg gewesen ne? du das ist eine ganz andere Gegend hier ne? bist du noch da? ich sehe nicht ob du im TS gemutet bist wenn du gemutet bist dann mach mal so wie ich jetzt aha ja dummlein ich habe Pfeiltassel ist es nicht schlimm da 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 ich habe noch keinen Speer hast du ein bisschen Holz? danke ja ist es schon ein bisschen Holz ja erst mal die ganzen Hanf hier mit dann mache ich mir jetzt erst mal einen Speer wo ist es hin? wo ist es hin? und Items wo baut man denn Tools? ah mir fehlen Steine bitteschön ne? ein Steinblock interessant interessant wie das so aussieht ja Gott sei Dank hast du noch so viel gesammelt gehabt aber jetzt hast du auch wieder Platz im Inventar ne? ja im H3 Slot ja ich habe Metallfragmente 14 Stück ich habe ein Seil ich habe so ein Kanister Stoff habe ich noch reichlich ein bisschen was zu essen habe ich auch daran soll es jetzt auch nicht liegen der olle Stein der kann weg ne? ja und ich habe Hanfsamen und ich habe jetzt erst mal wieder einen Speer jetzt könnten wir mal nach dem Vieh gucken ist schon weg ich sehe es nicht mehr oder habe es zumindest nicht aber den Leuchtturm da habe ich gesehen den siehst du ja auch ne? ja ist das der gleiche? nicht dass wir da auf der Landzunge waren die davor ist Wildschwein Wildschwein tot geil sehr schön wie das aussieht ich wollte auch mal 5 Schwein ah ich habe es ist fertig sehr schön ich sehe dich nicht ich bin neben dir bloß in einer anderen Richtung achso hier jetzt guckst du genau in dem Moment drehst du dich weg oder siehst du mich jetzt nicht? ich sehe dich nicht ich stehe genau neben dir jetzt ich schubst dich pass mal auf pass mal auf ich mach mal was jetzt bist du da hä? du warst da unsichtbar bis du was gemacht hast und jetzt? Scheißspiel jetzt bist du immer noch da gut kurzer Dank wahrscheinlich ein Rastfehler ja jetzt hast du aber ordentlich Fleisch sag mal kann das sein dass wir da hinten auf der Insel waren? ja glaube ich auch denn der war dichter dran am Land jetzt bin ich also auf einer anderen Insel würde ich sagen würde ich auch einfach mal meinen was wollen wir jetzt machen? wir müssen uns irgendwann mal hier waren Tiere wollen wir denn hier in dem Bereich wir müssen ja irgendwo mal was sesshaft werden na sesshaft nicht aber du gibst den Ton an naja ich wir spielen ja beide zusammen wir müssen ja beide zusammen eine Lösung finden ich sag trotzdem du gibst den Ton an wenn du sagst du willst Dings lang gehen wir Dings lang ne ja wollen wir uns was suchen? direkt da das machen wir ja eigentlich schon jetzt eine Stunde lang guck mal hier ist wieder Hanf da genau der gibt auch Stoff hier ist ein Pilze einer ist noch ja 48 es geht auch langsam abwärts bei mir so sag doch was nö ich hab ja noch was achso dann sag ich nix ich melde mich denn schon guck hier sind wieder Pilze ja hab ich auch mit Absicht zugelassen ach nö nix ich hab eine eisern eine Axt das ist aber schön dann haben wir dann haben wir hier schon mal eine und sonst ist hier nix drin ach da ist eine Steinachs ja lass doch ist doch gut lass mal na hast hier 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 dann können wir jetzt ja auch wieder abbauen ne hier ist nämlich Schwefel drin und hochwertiges Metallärzt ah drei die Pilze hier oben also kaputte Waffen brauchen wir nicht aufheben die kann man gleich wegwerfen solange wir keine Repairbench haben hebt man die Stein die Metallachs dennoch auf ne das ist aber immer noch so wie damals ne ja so da sind Pilze ich lege mal was hin weil ich voll bin Pläne und Nähzeug hast du das noch von mir gerettet? ne ich hab ja deine Leiche liegen lassen ah ja naja du warst ja voll das war ja das Blöde dann ne ich hatte sowas nämlich auch gefunden noch so ich hab jetzt erstmal ordentlich was gegessen ich würde einfach sagen wir gehen einfach in einen Wald vielleicht kommen ja da ein paar Tiere dass sie da erst spawnen müssen nein hier ist aber alles nur da hinten ist ein bisschen Gebüsch ne mhm ah Fässer wir gehen wir gehen wir gehen